Was wäre die Schlagerwelt ohne Semino Rossi? Seit vielen Jahren begeistert der sympathische Argentinier seine Fans mit wunderschönen Melodien. 2022 sorgte er allerdings für einen Schock. Zunächst trennte sich Semino Rossi vorübergehend von seiner Frau und dann kündigte er eine mehrmonatige Bühnenpause an. Es war Zeit für eine Veränderung, wie er damals erzählte. Ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt, offenbart Semino Rossi gegenüber Super-Ilu in einem Interview von 2022. Deshalb speckte der Schlagerstar fast ganze 20 Kilo ab. Mittels Intervallfasten konnte Semino sein Gewicht deutlich reduzieren. Das hat mir gut getan. Ich bin jetzt sehr zufrieden mit meinem Gewicht und will es halten. Semino Rossi hat auch einen neuen Lebensstil gefunden. Mit 60 macht man sich schon mal Gedanken, dass es jetzt Zeit ist, zu genießen und zu leben, erklärt er. Ich hetze nicht mehr herum. Ich erfreue mich an kleinen Dingen. Das mache ich auch zu Hause, wenn ich mit meiner Frau, unseren Kindern oder Enkeln unterwegs bin, berichtet der Schlagerstar. Das mache ich auch zu Hause, wenn ich mit meiner Frau, unseren Kindern oder Enkeln unterwegs bin,